Heute war mal wieder ein crazy Tag. Wir hatten einen neuen Gast bei uns und zwar Paula Unabled. Sie hat eine Challenge mitgebracht und zwar Upcycling, wo wir aus alten Klamotten neue machen. Oder Dinge, die uns zu groß sind, wieder kleiner machen. Bei der Challenge haben wir gegen die Mädels gekämmt und dabei ist es wichtig, wer das coolste Outfit hat. Wir haben erstmal mit der Hose angefangen, weil die war mir ja viel zu groß. Und am Anfang war es relativ einfach, weil wir erstmal nur schneiden mussten. Doch die Jacke war ein bisschen schwieriger. Da hat Rick das Nähen angefangen und hat komplett verkackt. Und Paula war echt gar nicht begeistert davon. Währenddessen habe ich mit der Hose weitergemacht. Und laut Paula habe ich mich gar nicht so schlecht angestellt. Was hat das gut gemacht? Amazing, ich bin richtig stolz.